Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei hatte diese Neuwahlen anberaumt, um Klarheit zu schaffen, weil er nach dem vergangenen Ergebnis keine vernünftige Regierung zustande bringen konnte. Tatsächlich ist das Gegenteil nun eingetreten. Eine Regierungsbildung ist nicht eben leichter geworden, sondern eher schwerer. Die Stimmen haben sich weiter verteilt, aufgesplittet auf kleinere Parteien. Die extreme Rechte von Vox hat ihren Stimmanteil deutlich erhöhen können. Grund dafür ist unter anderem die Krise in Katalonien. Wir haben alle die Bilder gesehen nach der Unabhängigkeitsbewegung von den Ausschreitungen dort. Und Vox hat die Regierung doch sehr hart kritisiert, attackiert dafür, dass sie nicht genug tue, um Spaniens Einheit zu retten. Man hat drastischere Maßnahmen gefordert und damit hat Vox bei den Wählerinnen und Wählern hier in Spanien ganz offensichtlich gepunktet. Eine Regierungsbildung ist nun also schwer rechnerisch möglich. Natürlich wäre so etwas wie eine große Koalition aus den sozialdemokratisch orientierten Sozialisten und der konservativen Partei der PP. Aber dafür gibt es in Spanien kein historisches Vorbild. Eine solche Koalition gab es bislang nicht. Und die ideologischen Gräben zwischen diesen Parteien sind deutlich weiter und tiefer, als das in Deutschland etwa der Fall ist. Darum haben Vertreter beider Parteien vor der Wahl ausgeschlossen, dass es zu einer solchen Koalition kommen könne. Und auch nachdem das Wahlergebnis dann gestern Abend sich abzeichnete, haben Vertreter beider Parteien das noch einmal bekräftigt, dass man nicht zusammenarbeiten wolle. Aber Pedro Sánchez hat nun in der Nacht gesagt, alle müssten ihrer Verantwortung hier in Spanien doch irgendwie gerecht werden. Und der Chef der Konservativen, Pablo Casado, meinte, er wolle sich nun mal anhören, was denn Pedro Sánchez ihm anzubieten habe. Er sei bereit, dass man sich mal treffe. Und er wolle dann verantwortungsbewusst handeln. Es ist nur offen, ob dahinter nun wirklich eine Annäherung steht, eine mögliche, oder ob beide nicht im Grunde genommen nur versuchen, hier dem Zorren der Bevölkerung zu entgehen. Denn die, das ist in den vergangenen Tagen deutlich geworden, auch in zahlreichen Gesprächen, die wir hier hatten, hat doch die Faxen inzwischen reichlich dicke davon, dass sie immer wieder an die Wahlurnen gebeten werden. Und dass dann die Parteien hinterher immer wieder es nicht schaffen, sich zusammenzuraufen. Es will niemand hier dafür verantwortlich gemacht werden, dass er erneut ein Wahlergebnis sozusagen zum Scheitern bringt, dass an ihm eine Regierungsbildung scheitert. Es ist möglich also, dass die beiden Vertreter der großen Parteien zunächst einmal nur so tun, als wenn sie hier aufeinander zugehen werden. Sie haben nun ein paar Wochen Zeit, bevor das neue Parlament sich konstituiert. Fürs Erste muss man sagen, hier in Spanien ist das einzig Sichere die Unsicherheit.